Alle Jahre wieder ist es soweit, heute kümmere ich mich mal um ein Problem, was mich schon Jahre nervt. Weil mich dieses Problem jetzt schon so lange genervt hat, soll es aus diesem Grund umso schöner werden und genau aus dem Grund werden wir heute massiv Holz verarbeiten. Das Material siehst du auch schon hier, aus diesem Material werden wir den Großteil heute bauen und wenn du wissen möchtest, wie teuer das Projekt ist, dann bleib unbedingt dran, denn am Schluss werde ich dir so einen kleinen Einblick in die Kosten geben. Und damit aus diesem 3 Meter langen Brett auch was Schönes werden kann, müssen wir das jetzt erstmal passend herrichten. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 die ganze Zeit hier auf meinem schönen Frästich herumschiebe. Ich benutze den Frästich aber nicht so gerne, weil die Höhenverstellung, die ich damals gebaut habe, die ist nicht so gut. Und genau aus dem Grund werden wir hier diesen Falz auch in der Tischkreissäge schneiden. So, eine Stunde ist vergangen. Das bedeutet, wir können jetzt damit weiterarbeiten. Schön ist, den überschüssigen Leim, kann man dann immer ganz gut runterkratzen. Hier kommt wieder der klare Vorteil von einem Langwandstein. Der macht ganz viel Staub. Das war jetzt ganz schön viel Arbeit, für hier diese ganzen Teile, für die ganzen Teile zuzuschneiden, hobeln und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kommen wir jetzt auch schon zum Zusammenbau. Also was ist ganz wichtig, wenn man sowas zusammenbaut mit Füllung? Und zwar ist das das Schleifen. Ihr müsst hier diese Füllung als erstes schleifen, weil wenn die natürlich später eingeleimt ist, kommt er dann nicht mehr dran. Ich werde jetzt einmal alles mit 180er Korn schleifen, die Füllung noch einmal mit 320er. Aber hier diese Balken, diese Balkenteile, die werde ich alle jetzt nur mit 180 schleifen, weil die Oberflächen, die man später auch aktiv mal so anfassen tut. Die schleife ich vielleicht später noch ein bisschen feiner. Aber Leute, das hier ist noch gar nicht geschlüpfen und das ist 80er Korn mit einem Langbandschleifer geschlüpfen. Das ist jetzt schon richtig gut. Von daher, da muss man es gar nicht so übergreifen beim Schleifen. Weil ich hier in diese Hölzer auch jetzt gleich nicht mehr so gut rankommen werde, habe ich die auch als mal gefinisht. Ich habe es auch nur bis 180 geschlüpfen, reicht vollkommen. Sieht man am Schluss fast eh nicht. Von daher ist das okay. Und jetzt werden wir uns dann einen kleinen Trick bedienen, denn ich, das ist immer ein bisschen problematisch, das Ganze hier so zu verspannen. Das macht nicht so viel Spaß. Und hier diese Teile werden wir eh nicht mehr sehen. Deswegen werden wir hier ein bisschen cheaten und das hier verschrauben, um den Spanndruck aufzubringen. So, Holzleim, Holzleim. Die Querspräten kommen jetzt erstmal hier so rein. Nr. 1 Und Nr. 2 So, und als nächstes gebe ich seitlich noch ein bisschen Druck drauf, damit das Ding mir nicht abhaut. Ich will hier ein bisschen Spanndruck drauf bringen und wichtig ist es, dass das Ganze hier vorne abschließt. Deswegen kommen wir hier jetzt erstmal zwei Löcher rein. Und hier ein Loch. Und jetzt gut drauf drücken. So, und jetzt haben wir hier schön Spanndruck drauf gegeben. So weit sind wir schon mal gekommen. Hier habe ich mal im Hintergrund noch eine Tischplatte zusammengeleimt. Das sind einfach zwei Bohlen gehobelt und zusammengeleimt. Die werden wir aber später erst festmachen. Kleiner Tipp nämlich hier am Rande. Schaut immer, dass ihr solche Teile am Schluss dran macht, weil wenn ihr das jetzt festmachen würdet, sieht das schon mal schön aus. Aber alles andere kann man da nicht mehr so gut festmachen. Ich versuche immer andere Möglichkeiten auszuprobieren, wie man etwas benutzt bzw. etwas öffnet. Wir haben hier zwei große Truhen, wo wir dann halt unseren Müll reinwerfen können. Und da will ich hier unten einen gedrechselten Vierkant haben, wo dann quasi eine Drehachse ist. Da werde ich euch auch gleich zeigen, wie wir das herstellen. Aber grundsätzlich ist das so der Mechanismus, das ist so das Key-Feature von diesem Möbel. Dieses Teil da unten, was wir jetzt herstellen werden. Hierfür brauchen wir ein Kantholz, was 62 mm² stark ist. Und ich habe nur noch hier dieses massive Stück Eche. Da sind eh super, super viele Vorarmlöcher drin, deswegen werden wir das jetzt einfach benutzen. Das kann man eigentlich keinem erzählen. Das Holz hier lagert bestimmt schon 30 Jahre und ich mache daraus jetzt ein Pfost, also ein Kantholz. Na ja. Inklusive Mäusekacke. Soll dann erstmal gleich kribbeln. Da habe ich eigentlich schon gesagt, wie geil dieser Schiebetisch hier ist, den ich gebaut habe. Also der ist nicht gekauft, ich finde der sieht aus wie gekauft, aber den habe ich selbst gebaut vor ein paar Wochen. Da gibt es auch ein eigenes Video, das verlinke ich euch mal oben rechts. Das ist ein Schiebetisch und das macht so viel mehr aus einer Tischkreissel, wenn man halt ein bisschen mehr Platz hat. Denn grundsätzlich erspart man sich halt eigentlich fast eine Kappsäge, weil hier dran die Teile ablecken ist viel geiler als eine Kappsäge. Von der Stabilität her ist das auch echt gut. Also das was da jetzt kippelt, ist nur die Tischkreissäge, wo der Keil nicht mehr richtig drunter liegt. Aber grundsätzlich habe ich hier schon Massivholzboden draufgelegt, wo eine Bohle bestimmt 40, 50 Kilo gewogen hat. Und halt auch 3 Meter lang war. Von daher war das bis jetzt so der praktischste Bau, den ich gebaut habe hier in der neuen Werkstatt. Ich weiße nicht, hierçar alles ein oder四er. Und ja beisaugelüzboden ist dann wieder Papus すwлишers glucosierge. chopped brother zurück. Der vad der Church hissaugel in lithium-ion bei characteristics und cooked householder ist. Aber das Rathnen, geht auch nicht weiter. Unsere Beispiel für die Archangelicien. Ihr recewebt nur immer noch die Produkそうですね! Wir stimmen uns immer wieder darum, so gleich noch mal das Rarbeg. Das war's für heute. Ich würde euch wirklich empfehlen, kauft euch auf jeden Fall einfach ein Holzügel im Baumarkt und drechselt das nicht selbst, solange Teile drechseln, ist jedes mal ätzend. Wir haben es jetzt auf jeden Fall fertig, das Teil kommt hier so rein und jetzt haben wir unseren Drehpunkt. Jetzt bauen wir ein paar Klappenteile zusammen, da kommt nämlich dann der Müll rein und das gibt es jetzt zum schnellen Durchlaufen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich denke, das können wir mit einem guten Gewissen mit uns vereinbaren. Wenn du dieses Teil jetzt nachbauen möchtest, dann findest du unten in der Videobeschreibung auch den passenden Bauplan. Der kostet dieses Mal auch nur 20 Euro. Ne, natürlich nicht. So viel würden die niemals kosten. Aber grundsätzlich schenke ich dir dieses Mal den Plan. Du musst, wie gesagt, einfach auf meine Webseite. Da kannst du dir den dann einfach runterladen. Und genau aus dem Grund würde ich mich auch freuen, wenn du dem Video jetzt einen Daumen nach oben gibst, damit auch ein paar andere Leute das vielleicht sehen und sich den Plan dann auch kostenlos runterladen können. Also, schreib mir unbedingt deine Meinung in die Kommentare, wie dir dieses Möbelstück gefällt. Yes, und außerdem würde ich mich freuen, wenn du das Ding nachbaust und mir einfach ein Bild schickst. Das kannst du mir auf Instagram oder per Mail schicken. Würde mich unbedingt freuen. Und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Auf dieser Seite findest du jetzt noch zwei weitere coole Videos. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.